Wir sind der Bundeswehr sehr dankbar, dass sie mit mehreren tausend Kameradinnen und Kameraden in unterschiedlichsten Teilen Deutschlands Hilfestellung gibt. Da gibt es Soldaten, die als helfende Hände auch bei der Pflegeversorgung von unmittelbar Corona-Kranken mithelfen. Aber da gibt es eben auch diesen ganz besonderen Einsatz hier, dass mit der technischen Ausstattung der ABC-Abwehrtruppe hier Desinfektionsmittel, die wir aufdringend brauchen, hergestellt werden. Eine ganz super Sache und das zeigt, wir haben eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und wir sind dankbar, dass die Bundeswehr jetzt so stark mithilft in dieser Krise. Die Bundeswehr